Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft es die Liebe, Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten. Passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sterne soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weibliche Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich ein Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich, oder wollt ihr jemanden beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-dendera-susanna-medici.com Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.